hallo leute ich bin holz und willkommen zu down of zombies let's play ja leute was machen wir heute wir werden heute von hauptquests runtergehen und werden heute etwas tun und zwar wir werden heute ein bisschen kürbisköpfe jagen ja jetzt fragt ihr euch die stimmt was das sein soll das sind solche zombies oder monster mit kürbisköpfen ja also ich habe ziemlich gut erklärt auf jeden fall ich habe schon zwei hinbekommen und es fällt mir noch ein paar so fünf stück aber leute es ist halt neue quest ja so es ist halt neue quest und wir müssen jetzt das ganze machen ich weiß allerdings nicht ob ich jetzt die kürbisse lasse ich hier liegen ob ich jetzt hier hinbekomme alle kürbisköpfe zu jagen darf die nicht ablegen oder was na super es schlecht ein messer so auf jeden fall ist es so es gibt so monster mit kürbisköpfen drin und dieser kürbisköpfe kürbisköpfe moment das machen wir hier brauchen wir auch welche also wir können wenn wir oben nicht brauchen werden wir sie einfach hier ablegen so hier gibt es waffen okay ich gehe mal noch mal nach oben wenn jetzt diese ereignisse sozusagen machen und würde ich gerne jetzt auch schaffen hier brauchen wir das nicht leder weiß nicht ob ich bei dem fahrrad das leder brauche also ich glaube zwar das ist schon das ganze ja ich habe das ganze schon reingemacht okay dann können wir das leder eigentlich schon ablegen es ist also leute kurz und knapp gesagt warum schießt überhaupt kurz und knapp gesagt wir müssen die jagen wir müssen sie kriegen und dann bekommen wir sachen so das ist kurze fassung davon längere fassung es sind warum schießt du du bekommst jetzt ein messer fertig so jetzt gehen wir weiter also wir haben die taschen ausgeleert jetzt können wir weiter gehen ich muss noch fünf stück hinbekommen da halloween kürbisköpfe die sind nicht schwer allerdings es ist nicht nur die kürbisköpfe was wir jagen müssen es sind mehrere dann wird es immer schwer und schwer und schwer und schwer und es wird in 18 tagen glaube ich ähm vorbei sein am ende bekommen wir da waffen und rüstungen mit kürbisköpfe drauf ich weiß nicht ob ich das schaffe ich weiß nicht ob ich das überhaupt brauche aber witzig ist das schon also zumindest die sehen so witzig aus ja da sind zum beispiel die normalen da sind die normalen und die mit kürbisköpfe die sehen echt witzig aus ich nehme die pistole ja den lumpen nehme ich mit kürbisköpfe wo seid ihr hier noch einer ich box dich weg man box dich weg ja all right all right ich hoffe ich bekomme hier noch eine waffe ja ein bogen klingt gut will ich haben auch noch mehr kürbis noch mehr lumpen noch mehr lumpen ich will jetzt ich nehme den bogen mal der kürbisköpfe oder auch da ein bogen kürbisköpfe ach wie ist das ach 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 kürbis So, der Kürbiskopf ist erledigt. Oh, meine Güte, ey, warum musst du so nah an dem Rang kommen, äh, rangehen? Hölfe, lass mich in Ruhe. So, noch mehr Leder und Fleisch. Den Gras nehme ich auch mit. Den nehme ich auch mit. Ich brauche allerdings nur Kürbisköpfe. Es wäre echt super, wenn ich nur Kürbisköpfe gehabt hätte. Warum habe ich eigentlich voll? Weil ich noch Samen habe, ne? Das esse ich, das fresse ich. Hm, okay. Ich jag nur die Kürbisköpfe. Oh, Mist, musst du jetzt kaputt gehen. Und ich habe nicht, ich habe nicht genug Holz, glaube ich, dabei, um jetzt eine Axt mir zu kraften. Ja, hier, wir können das hier jetzt Pfarrer des Todes machen. Es sieht cool aus. Kann man nicht sagen. In 17 Tagen läuft es ab, Leute. Wir brauchen aber ziemlich viele, ziemlich viele, ziemlich viele, um das Ganze herzustellen. Ich könnte das hier vielleicht herstellen, aber da muss ich, da muss ich noch was machen, Leute. Und zwar, ich muss euch etwas sagen, ich muss da sammeln. Ja, und zwar ziemlich viele Sachen, die ich irgendwie noch nicht habe. Aber ich möchte die Kürbisköpfe erledigen. Die Kürbisse bekomme ich zwar, aber auch nicht immer. Gürbisköpfe, wo seid ihr denn? Lasst mich euch töten. Also, die kommen jetzt nicht jedes Mal. Das ist das Problem. Also, nicht jeder Zombie ist jetzt Kürbisköpfe. Da ist ein Kürbisköpfe. Sterb. Ich brauche Kürbisköpfe. Ich sammle gerade Holz, um mir eine Axt zu kraften. Äh, Eisen 2. Also, ich brauche mehr Eisen. Kürbisköpfe. Hallo? Das ist ganz normal. Die Kerzen sammle ich auf. Und Fleisch nehme ich mit. Ah, Moment. So. Es ist normaler. Noch ein normaler, aber... Also, ich suche jetzt die Kürbisköpfe auf. Also, ich suche jetzt die Kürbisköpfe auf. Ich brauche jetzt nur noch ein paar. Die sind aber nicht da. Verbrannter. So, Leute, wir schauen mal, ob sie das Ganze jetzt hinbekommen. Tomatenessig, also alles, was ich fressen kann, wird gefressen. Wir können da jetzt was bauen, also... Also, wenn ich so nachdenke, also ich habe schon gut die Kürbisköpfe, die Kürbisse habe ich schon gesammelt. Aber allerdings, wie gesagt, die Kürbisse gesammelt, aber keine Kürbisköpfe. Da kommt noch ein Wulf. Ein Fleisch nehme ich mit. Zähne, 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 Zähne. Was können wir da wegschmeißen? Warte, wir machen folgendes. So, du, so. Weil die Zähne brauche ich auch. Aber die Kürbisköpfe brauche ich. Das ist jetzt interessant, diese Jagd. Das ist etwas Neues. So, wir brauchen eigentlich eine Axt. Dafür brauche ich eigentlich Platz. Das kann ich jetzt wegwerfen. So, jetzt können wir die Axt mal kraften. Also, mal überlegen. Ich habe aber nur 5 Kürbisse, ne? Ich brauche 25. Das können wir nicht machen. Ähm, das können wir machen. Wobei, Leute, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das werden wir versuchen. Diesem Fahrrad werden wir versuchen, Leute. Noch ein Eisen. Gut. Da ist ein Kürbiskopf. Da ist ein Kürbiskopf. Bitte schrauben. Das Problem ist das Grüne, was er jetzt, äh, womit er mich angekotzt hat. Das zieht mir das Leben. Du kriegst halt mit dem Hammer. Noch zwei Kürbiskopfe. Verdammt. Und ich glaube eh nicht, dass ich das jetzt, ähm, in dieser Folge noch hinbekomme. Ich hoffe, dass ich hinbekomme, aber ich glaube, es ist eh weniger. Kürbisköpfe. Ja, wir haben nichts mehr. Wir haben keinen Gegner mehr. Das heißt, wir haben auch keinen Kürbisköpfe mehr. Das finde ich schade, weil wir sind ganz normale Gegner jetzt, ne? Oh, aber wir bekommen zumindest Kürbisköpfe. Oh, da ist Kürbiskopf. Das ist doch wunderschön. Noch einen, bitte. Kürbisköpfe. Bitte noch einen Kürbiskopf. Ich, ich habe in dieser Folge so viel mal Kürbiskopf gesagt. So. Hallo. Hallo, Kürbisschädel. So, jetzt nenne ich Kürbisschädel. Kürbischädel. Kürbischädel. So, ich brauche einen, bitte. Oh, Katzen. Ich brauche einen. So, und das hier esse ich. Also, ich hätte schon gerne jetzt noch den letzten Kürbiskopf. Ne, das ist normaler, aber okay, ich alleine gehen. Vielleicht gibt's da Kürbisse. Ich gehe mal und leere meine Taschen. Oh, da. Kein Kürbiskopf. Schade. Hm, Katzen. Hallo? Keine mehr da? Nee, keiner mehr da. Ich gehe und leere aus. Das ist einfach leider schade, dass ich jetzt den letzten nicht bekommen werde. Aber ich gehe mal und rüste mich wieder auf und dann, ähm, gehe ich vielleicht hin. Vielleicht gibt's da Kürbiskopf. Ich will das haben. Ja, also heute will ich das haben. Heute. Zumindest das erste. Außerdem möchte ich schon gerne den Motorrad mal haben. Ich weiß nicht, ob ich, ähm, ähm, äh, ich glaube, ich mache den Fahrrad, also diesen, ich weiß nicht, ob ich dem Gleichspiel komme. Ich hoffe das, aber ich glaube eh nicht, denn ich glaube, das wird ein Rohrbau. Und wenn das ein Rohrbau wird, dann ist es eigentlich sinnlos, weil in 18 Tagen, äh, wird das Ganze, äh, ja, nicht mehr da sein. Und das bedeutet da allerdings, dass wir dann das Ganze auch nicht mehr benötigen. Ne, und deswegen, Leute, ich weiß nicht, ob wir das Ganze eigentlich brauchen oder so. So, Fleisch, 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 noch mehr Fleisch. So, da können wir uns waschen, das werden wir aber nicht machen. Äh, wir können uns hier machen. Das hier. Tomaten. Braucht Waffen und Waffen sind unten. Belohnung einsammeln. Nimm. Fehler drei Bäume, haha. Erreiche das Eisen-Ötland. Da gehe ich gleich hin, wartet. Weil dieser Eisen-Ötland, da kann ich... Oh, nee. Muss das jetzt sein, Leute. Alter, ich bin gerade, ich war gerade beschäftigt. Außer du bist ein Kürbiskopf. Da du keiner bist, bist du tot. So. Tot. Ja. Gut. Okay. Ich will den letzten Kürbiskopf haben. So. Die Kürbiserei. Wo waren die Kerzen bei mir? Ich habe doch irgendwo Kürbiskopf abgelegt. Ich weiß nicht, ob ich das brauche, aber... Ich brauche Waffen. Und zwar, ich brauche Waffe. Ich nehme da diese Waffe. Okay. Ich muss ja gucken. Hier liegt... Hier liegt... Doch. Das hier. Da lege ich es weg. Ich muss irgendwie sortieren. Ja, das habe ich hier eigentlich. Das Geld lege ich hier ab. Wo waren bei mir die Kerzen? Wo habe ich die Kerzen hingetan? Alles ok. Wir versuchen den letzten doch zu bekommen. Also diesen hier. Den will ich haben. Dann gibt es die nächste Stufe. Also da sind erstmal die Kürbisköpfe. Dann gibt es noch die nächste Stufe. Die werde ich zwar versuchen zu bekommen. Aber ich weiß nicht ob ich es brauche. Aber zumindest einen von Halloween will ich haben. Außerdem möchte ich auch den Fahrrad mal versuchen zu bekommen. Das heißt ich werde off-screen Bretter machen. Alles machen und versuchen das zu bekommen. Ich bin mir zwar nicht sicher ob er überhaupt ich das bekommen könnte. weil ähm ich glaube dass das ganze nur Rohbau ist. Das heißt Leute dass wir nur halt ähm wie wir jetzt haben. Und dann müssen wir Teile bekommen. Ja also dann müssen wir Teile sammeln. Und in 18 Tagen werden wir das sowieso nicht schaffen. Warum ist das schon jetzt kaputt oder was? Das ging aber schnell ey. Nein ist doch nicht. Warum hat er es jetzt äh abgelegt? Ja frag mich nicht ich weiß es nicht. Kürbiskopf. Komm. Kürbiskopf komm. Einen Kürbiskopf muss einfach sein. Ja. Wenn was sind wir in die Kürbiskopf. Ja. Ja. Ich brauche einen Kürbiskopf. Warum? Warum legt ihr die Waffe ab? Das begreife ich nicht. Oh, Fleisch. Fleisch will ich haben. Ich schmeiße, glaube ich, die Samen da weg. Das braucht doch kein Schwein. So. Kürbiskopf. Komm her. Du bist zwar kein Kürbiskopf, aber dich schütte ich sowieso. Nichts gefunden. Leute, ich brauche diesen Kürbiskopf. Da. Kürbiskopf, Kürbiskopf. Je... Wenn du... Was? Wenn du was? Was machst du denn da? Dem töten. Vielen Dank. Ich habe jetzt das nicht lesen können, aber wir haben alle Kürbiskopfe. Schon mal safe. Ereignisse. Ereignisse. Nimmer, nimmer. Das nehmen wir. So, wir haben eigentlich, ähm... Aber wozu die Hölle ist, äh... Äh... Was war da? Was stand da überhaupt? Aber jetzt ist es egal. Leute, wir haben alle Kürbisköpfe, äh... Ja, gesammelt, zusammengeschlagen, wie auch immer. Ähm... Ich glaube, wenn wir nach Hause kommen... Oder... Wartet mal. Ja, genau. Belohnung abholen. Wir haben eine Kiste. Quest abgeschlossen. Jetzt müssen wir Elite. Töten. Ja, äh... Wo können... Äh... Elite, dann finden die... Und bla bla. Und dann, äh... Töte die Brauten. Bräute. Oh Gott. Äh. Belohnung einsammeln. Und dann gibt es das hier. Als Belohnung. Aber eins haben wir abgeschlossen. Zeit... U... Ubrigt zwei Tage und... Äh... Drei Stunden. Heilowind endet. Achso. Jetzt kommen dann diese und dann das und dann das und dann in zwei Stunden. Oder in zwei Tagen, ne? Weil, ähm... Ich hätte dann zwei Tage gehabt, um diese hier zu machen. Okay, jetzt, äh... Verstehe ich. Verstehe ich. Okay, Leute. Wir haben das alles gemacht. Und ja. Vielen Dank für's Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt's gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Eure Lohnwarp. Haut rein. Ciao.